Hallo Fans, hier ist er wieder. Propa mit einem neuen Video. Willkommen bei Clash Royale. Herausforderer, lass uns zunächst ein paar Trainingskämpfe absolvieren. Zerstöre gegnerische Türme. Womit? Wer zerstört denn jetzt? Wer zerstört denn jetzt? Ja, aber... Wer zerstört? Wer zerstört? Wer zerstört? ICHOcji paper! Das ist nicht so, was ich hier oder so mache? Wisch ich nicht durch? Siehst du in die Verzweck? Ja! Ausbildungsfortschnitt Karteneinsatz kostet Elixier Da haben die keine Angst vor Das macht ihm nichts Hier läuft Tinswoman ja ich muss erst mal wie das alles funktioniert gewonnen ja in der letzten sekunde holztruhe gold ressort ressourcenkarte ritter gewöhnliche karte musketieren seltene karte kampfdeck gold bombe ritter schaden prinz epische karte kampf 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 der andere gewinnt doch immer warum ist der dann besser nur einmal aber dann höh ich auch der feind ist besser warum klappt das dann bei mir nicht setze ich da was falsch ein oder oder ich gewinne ja nie die schaffen das alles ich krieg keinen weg da oben also letztes mal jetzt gehen auf 3 1 2 2 ein 2 3 2 3 5 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR